Ich war seit einer wirklich sehr, sehr lange Zeit nicht mehr beim WM und ich freue mich einfach so unglaublich sehr, deswegen mache ich jetzt ein Haul dazu. Ach und Leute, kann mir mal bitte jemanden einen Tipp geben, wie ich diese ekelhaften Babyhaare wegbekomme? Die ernähren mich einfach so unglaublich sehr. Fangen wir nun aber an. Auf jeden Fall, äh ja, diese Bade-Ups, diese Badekugel hier, da ist irgendwie sowas richtig cooles mit drin und zwar so ein Glücksteil. Also so sieht das Ganze von nahem aus, das ist halt so eine Badekugel mit Glücksbotschaft, das will ich unbedingt mal ausprobieren, das ist richtig lustig. Außerdem habe ich mir noch eine Badekugel geholt und ich bin ganz ehrlich, ich bade eigentlich nie, weil ich Baden hasse. Aber ich wollte unbedingt diese Kugeln ausprobieren auf TikTok, deswegen ja, zwei davon, perfekt. So, theoretisch kann ich sie einfach ausprobieren und dann einfach jemand anderen darin baden lassen, weil zum Beispiel meine Schwester, meine große Schwester und meine Schm... Mutter. Die baden wirklich sehr gerne, ich bin die Einzige, die hasst baden. War das deutsch? Egal. Weiter geht's und ich habe mir noch so ein Haarspray geholt, beziehungsweise so eine Pflegesprühlung, beziehungsweise Sprü... Ich kann das nicht aussprechen, ist ja egal. Auf jeden Fall, die finde ich voll cool, das will ich mal unbedingt ausprobieren. Ich habe immer wieder viel zu viel gelabert, deswegen Patz, weil verrückt.